Hey, ihr Lieben! Steht Cardano vor einem nächsten Bullrun? Welche Gründe könnten dafür sprechen, dass 2025 für Cardano wieder ein starkes Jahr wird im Vergleich zu 2024? Ich habe uns ein paar News und Updates herausgesucht. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dem Cardano-Update-Video 2024. Wenn du mich in dem Kanal noch nicht kennst, dann klick jetzt noch schnell auf den Abo-Button, um in Zukunft mit dabei zu sein. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Preis-Performance im letzten Jahr. Und zwar haben wir, wenn wir uns den Dollar-Preis 0,36 Dollar zum Stand des Videos anschauen, eine Jahresrendite von über 45% gemacht. Das mag im ersten Moment viel erscheinen, ist es aber nicht bei uns in der Krypto-Bubble. Bitcoin hat eine Jahres-Performance derzeit von über 144% und es gibt auch andere Layer-1-Blockchains, beispielsweise ist ganz bekannt, Solana hat über 600% Jahresrendite gemacht. Da hinkt Cardano deutlich unter den Layer-1-Blockchains hinterher, vergleichbar von der Performance wie Ethereum. Wie könnte es jetzt als nächstes für den Kurs in den nächsten Wochen und Monaten für Cardano weitergehen? Also, was könnte für den Adda-Kurs uns bevorstehen? Und dazu möchte ich dir ein Bild, eine Analyse von einem Krypto-Analysten zeigen von Trend Rider. Er hat zwei Pfade aufgezeigt. Pfad 1, der grüne hier, Pfad A, ist der optimistischere Pfad. Pfad B ist der eher pessimistischere Pfad. Und was er sagt, ist, er könnte sich vorstellen, dass dieses Szenario Pfad A, das gute Szenario, eintritt, wenn sich Bitcoin momentan im Oktober und noch weiterhin über die nächsten Monate stabil über der 60.000 Dollar Marke hält. Wir sind momentan bei 65.000 Dollar, wenn sich also weiterhin Bitcoin immer so ein bisschen in dieser Preisspanne über 60k hält. Und dann könnten wir mit zwischenzeitlichen Korrekturen in ein positives Szenario rutschen und 2025 Januar, Februar in diese Preiskategorien zwischen 0,6 und 0,7 Dollar gehen. Das ist, wenn man sich den Kurs anschaut, das ähnliche Niveau, was wir hier schon hatten im letzten Frühjahr 2024, als das Bitcoin-Having den kompletten Kryptomarkt aufgeregt hat und wir einen kleinen Run erlebt hatten. Dann gibt es den Pfad B, der rote Pfad. Wir könnten auch in eine Liquidationszone rutschen, die einem sehr niedrigen Preisniveau pendelt, um die 0,24 Dollar könnte Cardano nochmal erreichen, in einem schlechteren Szenario, um dann im Anschluss vor einem größeren Ausbruch zu stehen. Na, Liquidation, die Positionen gehen raus und man ist bereit, im Grunde für einen neuen Run. Der Markt wurde ausgewaschen. Das soweit die möglichen Szenarien für den Adacus anhand einer Analyse. Hey Lieben, ich bekomme von euch viele Fragen, sei es zu einem bestimmten Coin, zu eurem Portfolio, Grundlagenthemen, Technologie, Blockchain, Web3 oder auch ganz persönliche Fragen. Hey Steffi, was würdest du jetzt an meiner Stelle tun? Was mir dabei auffällt, ist, vielen von uns fehlt die Zeit, sich das nötige Wissen anzueignen, weil Beruf und Familie einfach Vorrang haben. Ist klar. Oder auch deine Muße für einen Krypto-Deep-Dive, weil das Leben einfach einen einfordert. Und nicht zuletzt fehlt auf der richtige Ansprechpartnernähe, weil die Krypto-Bubble noch so nischig ist. Um dieses Problem zu lösen, findest du jetzt unter www.misscrypto.de, meine Krypto-Community. Dort tauschen wir uns in regelmäßigen Meetings tiefer aus. Die Teilnehmeranzahl ist auf 500 begrenzt, damit wir Qualität hochhalten können und vom gemeinsamen Schwarmwissen profitieren können. Klingt das gut? Dann sichere dir dann auch heute deinen Zugang auf www.misscrypto.de. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Ich habe mir jetzt angeschaut, warum Cardano 2025 aus fundamentaler Sicht wieder aufholen könnte. Und ich glaube, das Allerwichtigste war im Fokus 2024, war die Entwicklung der letzten Ära, und zwar der Ära Voltaire. Das ist die Ära, wo es um die Dezentralisierung des gesamten Cardano-Ökosystems geht. Und im Zuge dessen wurde Anfang September, ich glaube am 1. September, das Chang-Upgrade, eine Hard Fork, wurde erfolgreich durchgeführt. Und man hat im Vorfeld angekündigt, die Entstehungsschlüssel des Netzwerks zu verbrennen, also im Grunde pro Dezentralisierung. Warum könnte jetzt das Voltaire-Upgrade dafür sprechen, dass 2025 der Cardano-Kurs wieder etwas besser performt, dass er wieder aufholt? Und das hat Charles Hoskinson, der Cardano-Gründer, folgendermaßen in einem sehr, sehr ausführlichen, langen Post of X begründet. Er hat unter anderem geschrieben, jetzt da Voltaire da ist, ist die neue Führung in der Lage zuzuhören und sich anzupassen, um das Ökosystem dramatisch zu vergrößern. Er hat weiterhin noch weitere Sachen geschrieben, unter anderem, dass Cardano eine wirkliche dezentrale Kryptowährung sein möchte. Und dadurch natürlich viel weniger anfällig für Manipulationen durch zentrale Mächte wie Blackrock oder Co. wäre. Man kann eben keine Hinterzimmer-Deals, war das geschrieben, und schmutzigen Tricks ausüben. Und das schmeckt anscheinend vielen anderen nicht. Das sei mitunter ein Grund für die schlechtere Marktstimmung. Der Post hat auf jeden Fall für reichlich kontroverse Diskussionen gesorgt und innerhalb kürzester Zeit über 174.000 Aufrufe erreicht. Also schon ziemlich krass. Dann habe ich dir mehrere weitere Gründe mitgebracht. Und zwar gibt es auch Ausschwung und Entwicklungen von Cardano im Stablecoin und Diefersektor. Es gibt bereits ein paar Stablecoins auf Cardano, wie zum Beispiel den D-Jet Stablecoin. Der D-Jet Stablecoin ist im Grunde entwickelt von dem Research- und Entwicklungsunternehmen hinter Cardano und wird auch unterstützt von Cote. Dann gibt es aber eine weitere Konkurrenz und zwar den USDA Stablecoin. Das ist im Grunde kein algorithmischer, sondern ein 1 zu 1 mit Dollar, also mit Fiat-Geld hinterlegter Stablecoin. Der wird Ende 2024 vermutlich gelauncht werden. Es ist ein Cardano-nativer Stablecoin, also der irgendwie ohne Bridgen und sowas, also direkt auf dem Cardano-Ökosystem eingeführt wird. Und ich habe dir auch hier in der Klammer an schon so ein bisschen so die Komponenten, also die, wer es alles an diesem Stablecoin beteiligt, gezeigt. Ich kann es hier nochmal zeigen. Ich glaube, Uncense, wenn man es richtig ausspricht, ist der Emittent. Und wir haben dann hier mit Inmuge im Grunde das Unternehmen, also der Profit-Arm vom Cardano-Ökosystem, der das Ganze technisch mit einer Infrastruktur unterstützt, dass es eben dann tief auf Cardano aufgesetzt werden kann. Wir haben BitGo als Verwahrer. Ich glaube, wir haben auch in Kryptos ein weiteres Unternehmen, was das Thema Lizenzen angeht. Ich glaube, die haben schon eine Litauen-Lizenz. Die wollen versuchen, auch eine weitere Lizenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu bekommen. Es passiert im Hintergrund was, auch im Stablecoin-Sektor, auch im nicht nur dezentralen Stablecoin-Sektor, sondern auch es geht darum, DeFi für Institute zu erschließen. Und deswegen gibt es auch neue Stablecoins, die launchen werden und vermutlich Liquidität eben in das Ökosystem einspeisen werden. Also Stablecoin-Liefersektor wird auf jeden Fall wieder 2025 mehr forciert. Dann haben wir Thema KI-Sektor. Da wurde auch im Hintergrund ein bisschen was gebastelt. Es gibt AI-Tech-Partner wie zum Beispiel Singularity Net. Und es gibt auch AI-Projekte, beispielsweise Cardano GPT. Ich habe es dir hier im Bild mal gezeigt. Cardano GPT ist ein Projekt, was beispielsweise verschiedene Chatbots und Text-Tools, Writing-Plattformen, KI unterstützt, einführt. Zum Beispiel direkt eben, um über Cardano in Echtzeit zu informieren und Tools eben zu entwickeln. Das eben passiert auch im Hintergrund. Dann, wenn wir den KI-Sektor zusammen mit dem DePin-Sektor ein bisschen kombinieren. Da gibt es auch Projekte, die zusammenarbeiten. Eine Zusammenarbeit ist zum Beispiel eine Kollaboration zwischen Singularity Net und dem World Mobile Token Unternehmen. WMT ist ein Unternehmen, ein DePin-Unternehmen auf Cardano. Und man hat versucht, man hatte schon 2023 im Grunde angekündigt, die Interoperabilität zwischen Cardano über solche Unternehmen zu anderen Netzwerken zu fördern. Ein Teil dieser Kollaboration, vor ein paar Tagen angekündigt, ist, dass man jetzt über die Multi-Chain-Bridge von Singularity Net den Utility-Token von WMT, also WMTX, von Ethereum nach Cardano bridgen kann und umgekehrt auch. Dann ein kurzer Blick, auch im RWA- und NFT-Sektor passiert bei Cardano im Hintergrund einiges. Es gibt Tokenisierungspartner wie NMKR beispielsweise, die unterstützen eben auch die Cardano-Blockchain neben anderen Blockchains, sodass auch hier die Möglichkeit besteht, ein Unternehmen über eine API sämtliche Vermögenswerte tokenisieren kann. Tokenisierung ist ein aufstrebender, wachsender und wichtiger Markt, wo man als Layer-1-Blockchain unbedingt dabei sein sollte, gerade 2025, wenn die Regularien auch immer einfacher und klarer werden. Dann kommen wir noch zu den sonstigen Adoptionen. Hier wird es natürlich auch ein bisschen technischer im Hintergrund. Letztes Jahr, genau vor einem Jahr, wurden Partner-Chains angekündigt. Das sind Sidechain-Lösungen. Midnight ist die erste Sidechain, die als Developer-Netzwerk an den Start ging. Das Testnetz ist mittlerweile live. Midnight konzentriert sich eher datenschutzorientiert auf einer Plattform, sodass Unternehmen gerade aus sensiblen Bereichen, Finanzen, Gesundheit, auf Cardano über die Sidechain über Midnight bauen können. Beispielsweise gibt es vertrauliche Smart-Contracts, die da entwickelt werden. Dann gibt es eben weitere Skalierungslösungen. Letztes Jahr war Hydra verstärkt im Fokus, gab es auch im letzten Bullrun nicht. Konzentriert sich eben auch darauf, die Transaktionslast aus dem Mainnet zu reduzieren. Wird auch uns für 2025 bereitstehen. Und dann gibt es auch eben einen dezentralen Innovationsfonds. Projekt Catalyst wurde auch 2024 weiter vorangetrieben und hat mittlerweile, glaube ich, 13 Runden abgeschlossen, wo Projekte von Entwicklern auf Cardano gefördert werden, wo im Grunde die Gemeinschaft entscheiden kann, wer die Fördersummen für die Projekte in Form von ADA erhält. Genau, und dann ist Cardano eine Sache ganz besonders wichtig, auch sehr stark vorangetrieben durch die Cardano Foundation, das ist das Thema Bildung. Ohne Bildung, ohne Workshops funktioniert die Ermächtigung der Community nicht so gut. Das heißt, je besser die Community Bescheid weiß, wie sie das Ökosystem lenken und verwalten kann, desto besser für Cardano. Deswegen ist Education, das war schon damals, also vor einem Jahr im Aktivitätsreport, der immer im Rahmen, ich glaube, der Sammelt herausgebracht wird, bei Education damals schon eine große Säule. Und wenn man sich jetzt die bevorstehende Cardano-Sammelt anguckt, findet jetzt am 23.24.10.2024 statt, dann ist auch wieder, wenn man sich die Fokus-Topics anschaut, eines dieser Fokus-Topics ist auch wieder das Thema Education. Also das waren jetzt mehrere Gründe, die dafür sprechen könnten, dass Cardano 2025 wieder aufholen könnte. Zu guter Letzt habe ich nochmal, letztes Jahr stand vor einem Jahr verglichen mit diesem Jahr. Und zwar waren wir noch vor einem Jahr, wenn wir in unser TVL, also Richtung Liefer schauen, war Cardano noch unter den nicht-EVM-kompatiblen Blockchains auf Platz 3. Zumindest war es in meinem letzten Video so vor einem Jahr. Gerne gucken, wenn du es noch nicht gesehen hast. Und jetzt, wenn wir uns die anschauen, hat Solana im letzten Jahr deutlich Marktanteile geholt. Anhand des TVLs 47% unter den nicht-EVM-Ketten. Cardano ist nicht mehr hier, ist so weiter abgeschlagen, hat ein TVL von über 220 Millionen zum Stand des Videos. Letztes Jahr hatte Cardano, glaube ich, so um die 190 Millionen. Last but not least, zwei Sachen, die du noch von mir bekommst. Das eine ist, ich habe mir mal so, ich hatte vor einem Jahr im Video mir die Developer-Reports angeguckt. Wir hatten 2023, habe ich jetzt uns den alten rausgesucht und hier den neuen 2024. Im Grunde sieht man weiterhin, wir hatten damals über 1000, also um die 1300 Projekte, die auf Cardano gebaut haben. Das ist jetzt etwas gestiegen. Wenn man sich den Report anschaut, dann gab es letztes Jahr einen klaren Fokus auch auf dem Thema Scaling und ein bisschen Voltaire. Katalyst war damals auch schon Thema Education. Und hier wurde eben noch Hydra erwähnt. Also was ich schon erzählt hatte, Hydra war letztes Jahr stärker im Fokus. Dieses Jahr weniger Hydra im Fokus, sondern wirklich mehr Voltaire. Gucken, dass man da vorankommt. Und Education eben nach wie vor ein sehr, sehr wichtiges Thema. Projekt Katalyst ist auch weiterhin im Developer-Report, zumindest in dieser Woche, enthalten. Also man konzentriert sich jetzt wirklich, hat sich 2024 wirklich stark darauf konzentriert, Voltaire einzuleiten, vorzubereiten, Community darauf vorzubereiten. Jetzt ist es, glaube ich, ganz wichtig, so die Projekte und auch die Institutionen, auf die man sich vorbereitet hat, ins Netzwerk zu ziehen, mitsamt der Diquidität, wie Charles Hoskinson in dem X-Post es ja auch beschrieben hat. Und ja, das ist das, was ich jetzt so gut als das zeigen wollte. Der Ali ist ein Trader, der hat auf X gepostet. Cardano scheint so, als befindet sich das gerade in einer Depressionsphase im Zyklus. Aber er hat eben auch geschrieben, verkaufen jetzt zu diesen jetzigen Zeiten, jetzt gerade eben, wo wir bei 0,36 Dollar sind. Das ist nicht ideal. Also jemand, der gerade jetzt Ader hält oder sich dafür interessiert oder wie auch immer so, äh, doch verkaufen, Stimmung ist gerade schlecht, ich glaube nicht mehr an das Projekt, könnte jetzt, und das ist so seine Aussage, diesen Zyklus nutzen. Und vielleicht ist es auch die eine oder andere Einstiegsgelegenheit. Was denkst du denn an der Stelle? Wie glaubst du, werden wir 2025 für Cardano aufgerüstet sein? Siehst du einen Dollar für möglich? Es gibt ja Preisprognosen, bis zu 10 Dollar 2025. Wie gesagt, der eine Trader, die ich am Anfang gezeigt habe, hat ja unsere Szenarien skizziert von 0,6 bis 0,8 Dollar, eben in diesem Zeitraum bis zum Frühjahr 2025. Je nachdem, welches Szenario Part A oder Part B eintritt, sind ja die Prognosen total unterschiedlich, ein bisschen bullischer, ein bisschen mirrischer. Schreib mir mal deine Gedanken, was du dazu denkst, wo du Ader im nächsten Run siehst. Ähm, 3 Dollar war damals unser Allzeithoch 2021. Bin gespannt, wie weit wir da wieder ranreichen, ob wir da drüber kommen. Genau, ich freue mich über dir zu lesen. Ja, ansonsten war's das. Bis zum nächsten Mal und bleib wie ich von Krypto fasziniert. Mach's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal und bleib wie ich von Krypto fasziniert.